Aber in dem Fall ist es eher eine Form des Umwegs. Ist so. Ja dann nicht. Dann nicht Lara. Dann nicht. Hm. Bin ich aber auch im Arsch der Welt hier, ne? Zu witzig, ne? Ach, geht ja schnell. Ja, eigene Unfähigkeit nicht mit einberechnet. Ach, plötzlich kannst du die Kante nehmen. Hey! Hey, hey, hey! Also, wieder durch da. Yay! Gehen wir halt den langsamen Weg runter, um sicher zu gehen. So. So. Okay. Aber, hä? Hä? Was ist das? Was ist das doch? Ach, hier war das lang. Ah! Bin doch blöd. Hier gab es ja noch einen Eingang. Und das war jetzt hier drunter, ne? Hier drunter und dann irgendwie mit einem durchschwingen und so. Na gut, hier drunter. Ja. Giovanni Mo. Kein Schaden. Hui. Geht doch. Ivan. Ich dachte, es wäre ganz einfach. Die meisten dieser stinkenden Schläger nehmen sich von den Gefangenen, was sie wollen. Ich habe Ivan gewählt, weil ich ihn für manipulierbar hielt. Aber es ist schlimmer. Er ist ein guter Mann. Er will genauso wenig hier sein wie ich. Diese Einstellung zählt zwar nicht viel, wenn er genug Essen und eine Decke zum Schlafen hat. Aber immerhin hat er einen moralischen Kompass, der den anderen fehlt. Dieser Ort macht ihn krank. Er weiß, dass er Teil des Systems ist und hasst, was er tut. Ich sah, wie er rebellierte, wenn er sich unbeobachtet fühlte, um sein Gewissen zu beruhigen. Ich habe ihm gesagt, dass das nicht reicht. Ich habe ihm gezeigt, wie er mehr tun kann. Wir haben gut zusammengearbeitet. Unsere Flucht geplant. Aber es ist zu spät. Ich bin schwanger. Wir sind verflucht. Haha. Arschkarte. Okay. Schwangerschaft ist ja was schönes, ne? Ähm. Ja, wie kommen wir von hier aus jetzt hoch? Ach da. Sag das doch. So, dann haben wir das Gebiet jetzt auch komplett. Dann können wir, glaube ich, zum Geotemalen Tal oder aber noch schlimmer. Ähm. Erstmal. Oh, das ist komplett. Ne, gar nicht wahr. Ach, hier wird angezeigt. Ach, 60% insgesamt. Alles klar. Berggefühl haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. 100% hier. Das haben wir. Das haben wir. 100%. Geotemales Tal ist recht nicht. Überflutet ist das Archiv. Da haben wir noch ein bisschen was. Und hier ist. Akropolis. Da haben wir auch noch irgendwo eine Herausforderung. Wir düsen erstmal hier hin. Ja. Erstmal so die kleineren Gebiete abgrasen. Und dann mal gucken. Das wird schon. Irgendwie. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Aber davon verdammt viel. Einfach um das nochmal zu erwähnen. Ja. Habe ich geskillt. Ja. Manche skillen Stärke, Intelligenz, Beweglichkeit. Ich skille Stärke und keine Ahnung. Ja. Ist so. 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 Da haben wir einmal. Hier haben wir uns wahrscheinlich verkannt, wie ich da hinkomme. Machst du einfach hier durch? Ist das so einfach? Bitte sag mal, es ist so einfach. Es ist so einfach. Ja. Das ging ja jetzt easy. Okay. So. Dann haben wir da hinten ein Münzversteck. Alles wird hier abgegrast. Alles. Solange nicht die alten Griechen hier wieder ankommen, ist alles okay. Hilf mir doch. Nee, jetzt gerade nicht. Guck mal, da oben könnte man halt auch rüberschwingen, wenn man lustig ist. Ach, deswegen habe ich das vorher nicht gesehen. Hier war ja auch alles am Brennen und Action und Gdöns. Da konnte ich ja nichts finden. Wollte schon sagen, was ist das da hinten für ein Licht? Aber da stehen noch so ein paar Penner. So, hier sollte es noch irgendwo ein Dokument geben. Nee, nicht hier. Da. Der ist da oben, ne? Das heißt, ich muss da oben hin. Okay. Komme ich da nochmal zurück? Komme ich da nochmal zurück? Fragezeichen. Oh, komm. Ja, geht doch. Zack. Nochmal. Okay. Und was haben wir hier? Die Kirche des Westens hat ihre Gesandten geschickt. Selbsternannte Soldaten Gottes, die Ritter des Trinity Ordens. Sie wollen den Propheten zum Schweigen bringen, seine Blasphemie beenden und unsere Bewegung ausmerzen. Aber es ist zu spät. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Jeden Tag kommt es im Forum zu Gewaltausbrüchen. Der Prophet weiß, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Daher müssen wir Konstantinopel verlassen. Wir werden in die Wüste gehen, um neu zu beginnen und das Werk des Propheten fortzusetzen. Ob das eine gute Idee ist. So. Damit haben wir jetzt das hier auf jeden Fall. Und jetzt könnten wir... Ja, kommen wir denn... ...hier nochmal hin auf... ...über diesem Weg? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen tatsächlich von hier rum... ...da zu diesem Lager hin. Hier wieder zurück gehen. Hier wieder durch die Höhle durch. Und hier das Wandgemälde holen, ne? Ist ja tatsächlich das Letzte, was uns fehlt. Ja, dann machen wir das mal, ne? Das muss. Das muss. Gut, da. Ach, ich glaube, die reden nicht mehr. Ich weiß gar nicht warum. Nur weil ich nicht mit denen rede, ne? Hm. Na gut. Also, düsen wir einmal ganz kurz ins Geothermaltal. Äh. Äh. Nicht da. Nicht Kathedralenhof. Kammlinie ist es, ne? Müsste. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Wie immer. Man kennt das ja schon gar nicht mehr anders. Wäre ja immer schön, wenn ich mal sagen würde, ich habe voll Ahnung. Oder... Ich weiß, wie das geht. Oder... Ah, das wusste ich sofort. Ja, und dann ist es auch wirklich dann sofort wusste und dann noch... Umsätze. Aber nein. Ich bin und bleibe ein ahnungsloses, skillfreies Mammut. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So. So. Dann mal wieder den Weg zurück. Und... Ja. Dann halt nicht. Dann nimm halt nicht den Baumstamm. Das ist mir auch ganz Latte. So. Dann geh durch die Höhle da wieder durch. Hilft ja nix. Huie. So viel Wasser und Gedöns. Yay. Feuchte Höhlen des Todes. Yay. Alles für ein Wandgemälde. Will ich ja nochmal anmerken. Dafür müssen wir den ganzen weiten Weg dieses Schwimmkurses hier nochmal zurückgehen. Da haben wir jetzt nur dreimal hin und her abgeschwommen, ne? Gefühlt. Nur zu erkennen. Ey. Ich kann doch gar nicht hin. Yay. Na was sonst. Runter hier. Zack. Das Lara mit so einer richtig durchnässten Hose überhaupt so schnell rennen kann, ne? Weißt du? Ich würde mir denken so. Hä? Diese nase Hose, ne? Die ist schon so, ne? Behindert einen dann doch so ein bisschen beim Laufen. Lara so... Gar kein Problem. Ist als ob es trocken wäre. So. Wo haben wir das denn hier? Wir können auch hier rauf. Die Frage ist halt nur warum. Um zurück zu kommen. Okay. Zack. Hier rum. Da rum. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ich frage nur nochmal. Sind wir schon da? Alles für ein Wandgemälde. Oder... Ne Innenschrift oder wie auch immer. So. Okay. Da ist es. Aber es geht da noch weiter. Warum geht es da noch weiter? In ihrer Blütezeit war die Stadt ein Juwel. Die Gebäude waren schöner als jedes innerhalb des Reichs. Obwohl ich gar kein Griechisch mehr lernen kann. Ach, das hätte ich auch so... Vorher schon irgendwann sehen können. Really? Oder... Oder bin ich hier nochmal ganz woanders? Aber diese Kanister hier, die habe ich mal vorher nicht gesehen. Hm. Aber ein bisschen tut gut. Okay. Oder will ich hier mal aufsprengen? Kann nicht sogar aufsprengen. Okay. Und ich bin wieder hier. Hey, das ist schön. Dann haben wir jetzt hier eine kleine Abkürzung. Damit ich jetzt nicht hier durch das... ganze Gebiet nochmal durch muss. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Nein, da haben wir abgetrieben. Nein. Okay. Das ist schön. Ich bin jetzt nach der Mache." Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Vielen Dank.